Kassel ist eine Gastgeberstadt. Wir haben viel Raum und viele Flächen, auf denen wir mit internationalen Künstlern zusammen arbeiten können. Und mit WOW Kassel können wir das gemeinsam auch in die Welt raustragen. Wir machen das Projekt Color Cubes hier im Schillerviertel in Kassel. Wir bauen die Public Art Gallery hier auf. Das bedeutet, wir haben eine Galerie im öffentlichen Raum. Also wir geben Führungen hier in der Public Art Gallery jeden letzten Samstag im Monat, wo gerne alle eingeladen sind, auch mitzukommen. Zieht aber natürlich dementsprechend auch internationale Gäste und Touristen hier in der Kassel. Also wir von Color Cubes sind super froh und glücklich, bei WOW Kassel mit dabei zu sein.